Liebe Freundinnen und Freunde, damit diese Arbeit und auch unsere Demos finanzierbar bleiben, brauchen wir weiterhin eure Spenden. Es wäre klasse, wenn alle wieder so großzügig spenden wie immer. Bitte in die verplompten Parkschützerdosen. Die Demo wird von den Parkschützern und Umkehrbar e.V. finanziert. Herzlichen Dank dafür. Und nochmal möchte ich euch alle bitten, euch zahlreiche Flyer für die 200. Montagsdemo. Mitzunehmen und sie zu verteilen. Als eifrige Leserin von Parkschützer.de erfreue ich mich regelmäßig an den sehr klugen Kurzgeschichten von Gottfried Ohnmacht. Und anstelle von Livemusik heute eine schwäbische, weise Kurzgeschichte von Gottfried aus Reutlingen. Also, es ist merkwürdig. Liebe Leute, in den letzten Wochen ging es häufig um die Wurst. Aber nicht nur, es ging auch um den Käse. Es besteht aber Grund zur Vermutung, dass es an dem Käse gar nicht liegt. Eine neue, am Käse liegt es fein nicht. Der Käse ist nämlich gegessen. Und der Fisch, der Fisch ist geputzt. Die Katz, die Katz ist schon der Baum nuf. Die Würfel, die sind gefallen. Der Zug, der Zug, der ist schon lang abgefahren. Aber trotzdem, das letzte Wort ist noch nicht geschwätzt. Weil, weil zahlt, zahlt ist der Käse noch lang nicht. Und der Fisch, ha komm, der Fisch, den überlassen wir den Fischköpfen. Welche Katz? Neu, die Katz, die kommt schon wieder runter. Neu, nach den Würfel richtet mir uns fein nicht. Und solange überhaupt noch Zug fahrt, können wir ja richtig froh sein. Aber die Kerle, die alles aussitzen will, denen, hat denen werden wir den Marsch schon noch blasen. Vielen Dank, Herzlich. Herzlichen Dank.